Und drei wäre jetzt nicht schlecht. Boah, ich sitze jetzt an die dickste Bratwürste heute. Das sind so dicky Bratwürste und das sind brutte eis saftig. Also, das machen wir halt nicht, dass sie saftig sind. Das schmeckt ja ungefähr so, weil die Nürnberger bloß, dass sie eben so saftig sind. Ich gehe unten. Ja, ich renne mich hinten rein. Was willst du noch machen? Machst du die aus? Keine Ahnung. Äh, schmack. Ich mach nie, oder? Ich mach's nie, oder? Dann mach's nie, oder? Dann mach du hinten. Äh, nein, dann mach ich hinten noch. Mach du, ähm... Also, ich mach Glasversagen. Baaah, in your face. Hast du ja, war ein Geviertes? Nein, nein, nein. Einer fährt mit dem Aufzug hoch. Und hier ist noch nicht in den Weg, nicht in den Einsatzkrieg. Hochgarten, mit dem Stückleiner, ne? Machst du da, machst du das? Machst du das? Machst du da, machst du da was? Au. Ach, vorne. Bin ja beide mit mir drin. Na, eine ist oben. Aber ich kann nicht zoomen, doch, heißt das. Geh rauf. Du gehst rauf. Wo denn der ist? Da, ne. Da, ne. Geh weg. Na, ne. Da, ne. Dich fix noch mal! Hallo Dich! Du kannst die Dinger jetzt mal abbrechen im P-Haus. Ach so, mein Halt auf dem Halt. Soll ich das nicht machen. Nicht Main-Hall, äh hinten-Hallen. Auch. Du meinst, die Dinger sieht das nicht mehr gut. Das ist geil. Also ich hab noch ein paar Alzen, das siehst du, ne? Ja? Ja, ich weiß nicht. Ja. Machst du mal eh mal, dann soll ich von oben kommen und so mal. Ja, ich mach schon. Lassst du dir oder gehst? Müsst du gehen. Ja, das war saugut, weil dann kannst du nicht mehr. Ich hab noch eine Giftmine. Und die gute Mini-Pelle, ich bin da. Wirklich ist was? Kann ich da eigentlich ausmachen? 3, 2, 1... Okay. Mach nur. Ja, das sind die Gäste, die Gäste. Ja, das geht jetzt überlassen. Das passt dir ganz gut. Die Gäste, ich bin da ja um. Mal, Mal, Mal. Mal, Mal, Mal. Ich hab schon so gefragt, 70 Jahre alt. Ja, das geht doch überlassen. Däge mich. Ja, boi. Sauber. Wo bist du noch? Wo bist du noch? Ah! Ah, das war die Miene! Scheiße, Scheiße, ich hab' vergessen! Fuck! Also oben ist, denke ich mal, so 50% oder so. Okay. Sau, geil! Ich hab meine Ski-Camp geschossen und schon wieder um die Ecke kommen. Und jetzt! Jawohl! Ihr schafft's halt nicht! Ihr ist halt schon seit einer halben Minute wach. Jetzt kommt aber. Weiß ich nicht. Ja, ich denke mal nicht, dass er kommt. Was haben wir denn jetzt noch? Ja. Ja, wir könnten die Miene immer machen. Ja, ich bin. Also da ist irgendwas. Der Auffang, dann machen wir auch mal. EMP? Ja, da bin ich kurz gekommen. Aber ich kann mal entfernen, das ist ja noch besser. Wenn wir schon mal nicht herauskommen ohne den Text zu werden, dann kommen wir mal. Das ist mein Ding, schon ziemlich laut. Dann sind wir schon wieder. Das gibt's nicht. Da kommt ja genau da, wo wir uns echt, wenn ich rausgehe. Jetzt ja geht's. Aber... Damit muss ich jetzt schon zu sehen. ...fuck! Schon wieder?! Ich klinge die einfach rum. Scheiß drinnen, ich geseh'n! Nein! Na da, dann bleibe ich halt unten. was soll das denn was ich drücke das bloß zum Spaß hier klar ist das mein rum, muss man markieren ich war zu nahig, aber was ist denn das? ja ist das geil also ich hab eins rum fertig ja du musst einfach bei so einem Schatten bleiben das war der Trick dabei so und der ach unten hab ich ja schon angerackt das war ja das war